Ja, natürlich kommt ja noch was. Haben wir den mitgenommen? Nee. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, zur Stelle, an der sich meine Playstation damals gerne aufgehangen hat. Ähm, ich speichere mal. Ja. So, 3, 4, 2, 31, das müssen wir speichern. Überschreiben. Äh, Jull... Z. Fertig. 4 Stunden 2. So, dann ist das die Stelle. Ja, es ist die Stelle. Ähm, hier hat sich meine Pläsi damals sehr gerne aufgehangen. Ist jetzt nicht genau die Stelle hier. Oh, schön. Das ist toll. Hat er sich direkt selbst umgebracht. Diese Stelle. Und zwar, wenn man jetzt hier runterrollt, ähm, ist die Pläsi abgeschmiert. Die ist hängen geblieben. Was sie jetzt aber zum Glück nicht getan hat. Okay, hier ist ein Fläschchen. Der ist aber ganz schön fix unterwegs, so. Genau, so kriegt man ihn. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich war dann doch gerade etwas ein bisschen verwirrt. Wunderbar. Ach so, warte mal. Wir müssen... Aber wenn wir den ziehen, dann kommt da oben aber wieder ein Slick raus, ne? Verdammt. Nein! Jetzt darf der mir aber nicht mal... Komm, hier hin. Da kommst du nicht so hoch, ne? Mist! Aber ich hab das Ding mit kaputt gemacht. Nein! Mann, es ist so kompliziert. Warum funktioniert das nicht direkt beim ersten Mal? Ach, hier bin ich. Lass das, glaub ich, mal so. Dann hol mir hier einen neuen. Und ist jetzt wenigstens der eine da hinten schon mal weg. Jetzt haben wir nur noch hier den Übeltäter. Hm, ich weiß nicht, ob ich die da rausholen soll. Dann laufen die mir hier rum und dann ist die Gefahr noch höher, dass der irgendeinen trifft von denen. Yes! Schön! Ähm... Hm, 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 hm. Okay, dann machen wir das da oben jetzt noch Schrott. Kommt ihr mal mit. Ach, du bist nur einer? Okay, jetzt können wir ja gucken. Ich habe jetzt einen gerettet. Sieben Stück waren. Hier müssen wir mitkommen. Ja, zwei Stück fehlen noch. Das heißt, es wird auch auf der Tafel angezeigt, dass da doch noch was fehlt. Ich denke, es wird hier sein, weil hier der Boden nicht richtig bedeckt ist. Ja. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was das für ein Geheimnis ist, weil ich glaube, das habe ich sehr, sehr selten gemacht. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie rennen oder was. Ich bin mir auch sehr unsicher, was das wird. Also es gibt hier auf jeden Fall zwei Mundarken. Oh nein! Okay, ich weiß, was... Ach, die kommt dann auch direkt mit. Ich denke mal, wir müssen vor der Mine da sein oder wir müssen die Mine kaputt machen. Auf jeden Fall irgendwas von den beiden. Damit diese Mine die Mudjaken nicht trifft. Ich schätze immer, dass sie zielgerichtet auf die Mudjaken... Es geht leider nicht so. Es ist... Gecheaterei und es funktioniert leider nicht. Da müssen wir wohl ein Wettrennen machen, ne? Und ich schätze mal, da hinten wird dann auch der Hebel sein, für uns den Strom hier abzustellen. Boah, ist das Scheiße. Wahrscheinlich war es mir jetzt auch echt viel zu schwer und ich kann das so machen, wie ich es einmal gemacht habe, dass ich... ...der einen ausweiche und der anderen... ...die andere an mir vorbei ziehen lasse. Nein! Ich bin so dumm! Ich hätte nur diesen dummen Schalter ziehen müssen. Aber die eine ist abgehauen. Das gefällt mir nicht. Mann. Da war oben rechts noch eine. Entschuldigung, habe ich eine Tasse gedrückt. Ja. Oh Mann. Ich habe gedrückt, eine Bombe zu schmeißen und es hätte wunderbar gepasst, aber er hat nicht geschmissen. Verdammte Axt. Oh. Ow. 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 Oh. Ow. Ow. Ich habe Angst, einen Quicksafe zu machen. Willst du mich jetzt verarschen? Ah, okay. Wie soll ich mich denn jetzt töten? So. Komm, mach mal, bitte. Das ist doch echt scheiße. Ich raffe das nicht. Ich raffe das nicht. Das ist doch nicht die eine, die da runter kam. Das finde ich echt... Die war doch noch nicht da, oder? Das finde ich scheiße. Jetzt habe ich mich selbst getötet. Wie kriege ich die denn am besten hin? Hm. Hm. Wo bringt mich das hin? Hätten wir vielleicht direkt so machen sollen. Was ein Scheiß, ey. Dass da auch nicht dran steht, wo das hingeht, ne? So, haben wir alle. Gott. Schwere gemacht, als es sein muss. Aber wir kennen es ja nicht anders, ne? So. Ich spreche mal hier ab. Ja, genau. Da hin. Verschreiben. Fertig. Gut. Dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss. Tierteguß. Tmakers. Tруш.